Ja, schon mal ein herzliches Willkommen von uns an unsere Teilnehmenden. Der Raum füllt sich. Wir warten noch ein paar Momente. Wir sind schon bei fast 150 Teilnehmenden, haben sich aber noch wesentlich mehr angemeldet. Also noch bitte kurz Geduld. Dann geht es gleich los. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ein dick gepacktes Programm vor uns und ich denke, wir beide könnten starten. Wir haben ja noch etwas gewartet, bis der Raum sich füllt, aber schon mal im Namen von Peter Kowalski und von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem Auftakt-Webinar. Heute zu unserer Städtereisestudie 2021, die ja den Titel hat, Inside-Wissen für den Städtetourismus während und nach Corona. Und natürlich freuen wir uns beide sehr über ihr ausgesprochen großes Interesse. Gestatten Sie mir vielleicht zu Beginn, weil es ja eine ganze Webinar-Reihe ist. Dazu kommen wir noch später vielleicht auch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Einordnung des Themas. Corona-Pandemie hat ja den Deutschlandtourismus besonders hart getroffen. Aber nochmal einmal stärker betroffen ist natürlich gerade der Städtetourismus. Sie und wir alle wissen das. Das Messen, Konzerte, Events, Weihnachtsmärkte, Kultureinrichtungen, Geschäftsreisen, alles über Monate geschlossen oder nur teilweise geöffnet, abgesagt, verschoben. Und das drückt sich natürlich zum einen aus in dramatischen Rückgängen bei den Übernachtungszahlen, bei den Besucherzahlen, beispielsweise 2020 Berlin. Um nur Beispiele zu nennen, minus 64 Prozent oder Düsseldorf minus 63, München minus 62 oder auch Main-Taunus minus 69 Prozent Rückgänge. Ja, da dran hängen viele Beschäftigte im Deutschlandtourismus. Wir wissen, das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Zigtausend Beschäftigte in Kurzarbeit mit der Unsicherheit. Wann, ob und wie soll es eigentlich weitergehen? Viele Betriebe Kredite aufgenommen haben, von Rettungshilfen abhängig sind und schon mehrmals sehr kreativ auch einen Neustart hingelegt haben, sich sehr sorgsam um ihre Gäste gekümmert haben. Das alles gehört in diesen Corona-Zeiten dazu. Und natürlich auch leider, dass viele schon den Tourismus als Beschäftigte verlassen mussten. Und deswegen muss uns klar sein, die Schwäche des Städtetourismus hat dramatische Konsequenzen für den gesamten Deutschlandtourismus. Die Städte waren vor Corona, ich glaube, Peter Kowalski, das kann man zweifelsohne sagen in den letzten zehn Jahren, die Motoren für den Deutschlandtourismus, der Wachstumstreiber im Tourismus. Ja, und wenn die touristische Nachfrage in der Stadt ausbleibt, betrifft das nicht nur uns und Sie, sondern es betrifft viele selbstständige, kleine und mittelständische Betriebe, die direkt oder indirekt für den Tourismus tätig sind. Und deswegen ist es besonders wichtig, jetzt den Fokus auf die Städte zu legen, die Städte in den Blick zu nehmen, Potenziale, Chancen zu erkennen und unsere Städte gerade mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch zu unterstützen. Und da gibt es viele Fragen, wie verändern sich Gästebedürfnisse, Angebotsformen, Verhaltensmuster, wie sehen neue Rahmenbedingungen für das Destinationsmanagement aus, welche zukünftigen Nachfragepotenziale, Anforderungen oder Akzeptanzen für einen nachhaltigen Städtetourismus gibt, gilt es zu beachten. Und natürlich vor allem, wie kann der Recovery-Prozess beschleunigt werden. Und genau darum geht es unter anderem in unserer Städtereisestudie. Und wir wollen speziell unseren Städten Informationen zur Gästesicht auf Bedürfnisse, Reiseverhalten und auch auf die Wahrnehmung der Städte als potenzielles Reiseziel in Corona-Zeiten an die Hand geben. Und dafür müssen wir auch ausdrücklich Danke sagen an den Bund, an das Bundeswirtschaftsministerium, denn unsere Städtereisestudie wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Und das Ganze im Rahmen der Fördermaßnahme jetzt langes Wort, Leistungssteigerung und Innovationsförderung im Tourismus, kurz LIFT, Studien und Konzepte zur Zukunft eines wiedererstarkten Tourismus und das ist dann LIFT Wissen. Für die Förderung bedanken wir, ich sagte es gerade, aber vor allem danken wir auch schon an dieser Stelle zu Beginn unserer Webinar-Reihe unseren Projektpartnern. Das möchte ich ausdrücklich erwähnen, das Europäische Tourismusinstitut, ETI, GmbH und natürlich St. Elmos Tourismusmarketing. Ja, Peter Gowalski, wir freuen uns heute gemeinsam auf spannende Einblicke, neue Erkenntnisse und wir sind heute Ihr Moderationsteam. Ja, lieber Norbert Kuntz, ich freue mich riesig sozusagen, dass ich Teil dieser spannenden Webinar-Reihe sein darf. Ich unterstreiche das, was gesagt worden ist, nämlich wir sprechen über einen der maßgeblichen Treiber in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie, wenn es um die Erfolgskanzlerin im Deutschland-Tourismus geht. Wissentlich natürlich, dass wir hier über Bereiche sprechen, die sowohl den Business- als auch den Leisure-Bereich auch mit betreffen. Die Studie hier liegt jetzt ja ganz besonders dem Fokus nämlich auf das Thema Freizeilismus und letztendlich auch mit Blick auf den deutschen Quellenmarkt auf eine sehr interessante Perspektive, die sich, glaube ich, viele Städte schon in den vergangenen Jahren gewidmet haben. Tatsächlich auch das eigene Marktpotenzial sozusagen aus dem Binnenlandraum auch noch mal stärker zu fokussieren. Ich erinnere mich immer gerne sozusagen auf die Zahlen der DCT, die gesagt haben, irgendwann gab es sozusagen die Aussagen, das Wachstumspotenzial liegt eigentlich immer nur noch im Incoming. Ich glaube, das hat sich jetzt deutlich relativiert. Und wir stehen vor einer Situation, wenn ich sage, proaktiv Richtung 2022, lösungsorientiert und mit einem guten Gepäck voll Wissen. Nämlich Wissen dazu, was letztendlich die Gäste oder die Nutzer der Städte auch betrifft und wissen, wie dann letztendlich auch Entscheidungsträger oder DMUs dann auch später oder Touristiker mit diesem Wissen umgehen können und effektiv Marktverarbeitung betreiben können. Also ich freue mich riesig. Ich bin auch sehr gespannt sozusagen, ob die verschiedenen Aspekte der Beleuchtung heute im ersten Divinar über die Treiber und Erfolgsfaktoren letztendlich auch sprechen wollen und dann auch auf die weiteren Bereiche, wenn wir es sozusagen sukzessive immer weiter vertiefen werden. Ja, und wir sind auch nicht allein heute, sondern wir haben hervorragende Experten eingeladen, die auch schon im Raum sind und die wir jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüßen möchten. Ich fange einfach mal in der Mitte an mit Armin Delnitz, Geschäftsführer Stuttgart Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing und Tourismus GmbH. Er ist auch der Sprecher des Vorstandes der Magic Cities und ganz wichtig auch Vizepräsident des Deutschen Tourismusverbandes, Irma Armin Delnitz. Herzlich willkommen als Experte in unserem Kreis. Dann mache ich gleich mal weiter und ich freue mich, den Sascha Albertsen mit begrüßen zu dürfen, meine Experten heute, Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Hamburg Tourismus. Er ist ganz schnell eingesprungen, nachdem wir sozusagen auch mit Herrn Otremba, mit dem Michael Otremba, an dieser Stelle beste Genesungswünsche heute nicht teilnehmen konnte, nämlich eingesprungen und hat gesagt, ich mache das sofort mit und bin sehr gerne dabei, diese Studienergie ein bisschen gemeinsam mit zu reflektieren. Bestimmt Ihnen auch bekannt aus den Vorgängerveranstaltungen des CTV auch vor kurzem, gerade auch im Kontext des Tourismuspreises mit dem Kehr-Wieder-Paket. Also auch schon ein Ausrufezeichen, was Hamburg Tourismus dort gesetzt hat. Und als unseren dritten Experten begrüße ich ganz herzlich Matthias Fromm, Geschäftsführer der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing, MBH in unseren Reihen. Ich glaube, viele von uns erinnern sich noch sehr gut und gerne an den Deutschen Tourismustag in Rostock. Herr Fromm, da war Ihre Stadt die Gastgeberstadt. Herzlich willkommen in unserem Kreis. So, wir haben uns verständigt, dass wir gleich sozusagen ins Volle reingehen wollen. Insofern die ersten Studienergebnisse uns einmal vergegenwärtigen. Ich freue mich deswegen, dass wir den Jürgen Dicken, Leiter Marktforschung vom IT-Institut, heute mit dabei haben, der in der Teamkonstellation diese Studie aufgesetzt und letztlich durchgeführt hat. Und insofern will ich gar nicht viel vorwegnehmen, sondern einfach das Mikrofon jetzt einmal drehen und bitte Jürgen Dicken, ja, du hast das Wort. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, auch von meiner Seite noch herzlich willkommen zu dieser spannenden Webinarreihe. Ich glaube, wir können einige Erkenntnisse ziehen und wir geben sie Ihnen häppchenweise, deswegen vier Seminare. Ich bin seit 20 Jahren und seit über 20 Jahren in der Marktforschung im Tourismus tätig. Insofern haben wir einen ganz guten Überblick darüber, was auf den Märkten geschieht. Und jetzt geht es eben darum, Ihnen einmal zu zeigen, was die ersten Ergebnisse, Zwischenergebnisse dieser Studie hier sind. Und das würde ich Ihnen gerne vorführen. Zunächst einmal, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben insgesamt knapp 7000 Personen dazu gefragt, wie sie denn Städtereisen unternehmen. Dabei vertiefen wir die Befragung mit insgesamt über 5000 Personen, die wir als städtereiseaffine Personen identifiziert haben. Das heißt, wir fragen diese vertieft nach deren Reise- und Informationsverhalten, schauen, wie sie an städtespezifischen Themen interessiert sind. Und insbesondere haben wir eine Reihe von Orten tatsächlich abgefragt, die insgesamt 150 Städte, die wir zu deren Eignung für bestimmte Themen und auch gerade in der Zeit jetzt zu Corona und zu deren Sicherheitswahrnehmung gesehen. Wir haben hier also eine Auswahl an 150 Städten, knapp über 100 aus Deutschland und auch der internationale Markt, um dort Vergleiche entsprechend ziehen zu können. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich noch die Einbeziehung der Sinus-Milieus, damit wir eben die Zielgruppen-Spezifika hier auch nochmal ganz besonders herausarbeiten können. Die Besonderheit der Sinus-Milieus ist eben, dass es weder verhaltens- noch auf Demografie beschränkt sind, sondern es geht hier um eine Einordnung in Gruppe Gleichgesinnter, die sich in Lebensauffassung, Werte Z und Lebensweise entsprechend ähneln. Diese sind Ende 2021 nochmal aktualisiert worden, das erste Mal seit zehn Jahren seitens des Sinus-Instituts. Und insofern haben wir hier praktisch mit den auch aktuellen Milieus gearbeitet. An der einen oder anderen Stelle nehme ich dann während der Ergebnisvorstellung dazu auch nochmal Bezug. Was wir noch gemacht haben, ist die 150 Städte in vier Kategorien einzuteilen. Wir haben da eine Kategorie Must-See-Städte. Das sind echte Tourismusmetropolen wie Amsterdam, Barcelona, Berlin, Hamburg, die eine hohe Magnetwirkung und letztendlich auch eine international renommierte Einrichtung und Sehenswürdigkeiten aufzuweisen haben. Dann Historic Highlights wie Aachen, Potsdam, Trier und so weiter, die insgesamt eine hohe Anzahl bedeutender kulturtouristischer oder historischer Gebäude und Städten vorweisen können und dem entsprechende Anziehungspunkte bilden. Darüber hinaus Event-Cities wie Frankfurt, Hannover, Köln mit einem hohen andersbezogenen Event-Fokus und als letztes die sogenannten Green-Blue-Cities. Das sind Städte wie Freiburg, Kiel, Lübeck oder Rostock, die mit einem hohen grünen oder wasserspezifischen Stadt- und Stadt- und Umlandbezug punkten. Die verschiedenen Auswertungen, auch die nehmen wir dann in den vier Webinar-Rennen dann auch immer wieder Bezug. Kommen wir als erstes also zum Reiseverhalten allgemein und insbesondere während Corona. Wenn wir uns einmal ansehen, haben sie in den letzten drei Jahren eine Städtereise unternommen, dann sind das 55 Prozent. 71 Prozent haben geäußert, dass sie ein grundsätzliches Interesse an Städtereisen haben. Das bildet praktisch in der Bevölkerung 18 bis 69 Jahre mit 72 Prozent das städtereiseaffine Potenzial, das wir in der Bevölkerung sehen. Wenn wir hier schon den ersten Bezug zu den Sinus-Milieus sehen wollen, dann sind dort die Postmateriellen, die Performer, die Expeditiven und Neo-Ökologischen überdurchschnittlich oft vertreten. Also das sind dann die Zielgruppen, die hier auch in der Bevölkerung entsprechendes Potenzial vorweisen und etwas größer von den Anteilen sind als die übrigen Milieus. Wir haben gefragt, welche Motivationen für private Städtereisen haben sie? Und hier haben wir 13 verschiedene Themen, die wir uns vorgenommen haben. Und die Befragten konnten entsprechend antworten, aus welchen Gründen sie denn private Städtereisen unternehmen. Und hier eindeutig 77 Prozent. Das ist der Besuch von Sehenswürdigkeiten, der Attraktionspunkt schlechthin. Aber auch urbanes Flair in Städtkultur eintauchen, die Kulinarik, auch die Nähe zu Wasser und der Besuch von Einrichtungen sind entsprechend häufig hier vertreten. Der Besuch von Sportereignissen und Szene-Club-Bar-Besuchen ist dann eher untergeordnet zu sehen, aber in Nischen und bestimmten Zielgruppen sicherlich auch ein wichtiges Thema. Wir haben auch gefragt, welche Faktoren denn für die Auswahl des Städtereiseziels zudem noch eine Rolle spielen. Und da haben wir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis und eine gute Unterkunft. Jeweils etwa zwei Drittel der Befragten, die das genannt haben. Der Preis ist hier sicherlich mit 40 Prozent auch noch ein wichtiger, der in bestimmten Sinusmilieus auch noch mal eine Rolle spielt. Die Barrierefreiheit und insbesondere die Nachhaltigkeit mit 10 Prozent spielen in dieser Befragung zunächst erst mal eine eher untergeordnete Rolle. Kommen wir nun zum Switch. Und zwar, was hat eigentlich Corona für Auswirkungen auf diese allgemeinen Städtereise-Affinität? Und wenn wir fragen, wenn Sie die aktuelle Bereitschaft, private Städtereisen zu unternehmen mit der Zeit vor Corona mal vergleichen, wie sieht das eigentlich aus? Werden Sie aktuell mehr, weniger oder genauso viele Städtereisen unternehmen? Und da sagen nur in Anführungsstrichen 5 Prozent, dass Sie mehr Städtereisen unternehmen wollen. Und das, was die Auswirkungen, die wir in allen Städten ja auch sehen, Herr Kunt hat es angedeutet, 56 Prozent haben im Moment weniger Lust zu fahren. Und je älter die Befragten werden, umso mehr geht ihnen auch die Lust an Städtereisen verloren. Das heißt also, die eher Jüngeren sind zu diesem Zeitpunkt Gäste, die noch eine höhere Bereitschaft zeigen. Und wenn man jetzt noch fragt, beabsichtigt Unternehmen, Sie aktuell private Städtereisen? Da sagen 27 Prozent, und zwar von den Städtereise-Affinen, dass Sie aktuell auch Städtereisen unternehmen. Etwa die Hälfte wartet nochmal ab. Und 15 Prozent sagen, dass Sie auf absehbare Zeit erstmal keine Städtereise unternehmen. Sieben Prozent sagen, dass Sie überhaupt nicht verreisen werden. Das ist sicherlich ein Punkt, der in den Webinaren auch zu diskutieren ist. Wie bekommt man die 51 Prozent vielleicht dennoch dazu, dann Städtereisen zu unternehmen? Da bin ich dann gespannt auf die Diskussion. Und wenn wir das jetzt nochmal auf die gesamte Bevölkerung runterbrechen, diese Zahlen, die wir gerade gesehen haben, dann sehen wir, dass also ein Fünftel der gesamten Bevölkerung aktuell ohne weitere Aktivierung praktisch für Städtereisen zugänglich ist. 37 Prozent warten noch ab, 11 Prozent auf absehbare Zeit und insgesamt 32 werden überhaupt nicht verreisen oder sind eben nicht Städtereise-Affin. Schauen wir uns nochmal die Milieus an und deren Verteilung praktisch die aktuelle Unternehmung von Städtereisen. Da treten zwei Milieus besonders in den Vordergrund. Das sind die Adaptiv-Pagmatischen und die Konsum-Hedonistischen, die besonders häufig aktuell auch Städtereisen unternehmen würden. Ich habe vorhin gesagt, dass die Gruppe der Postmateriellen, der Performer und der Expeditiven eigentlich von den Potenzialen besonders hoch sind. Die sind hier aber nur in Anführungsstrichen mit der mittleren aktuellen Unternehmung eingeordnet. Kommen wir nochmal jetzt Richtung Deutschland. Wir haben schon gesehen, dass wir in Deutschland in dieser Studie tatsächlich die Städte häufiger in Frage kommen als im benachbarten Ausland, im übrigen Ausland oder außerhalb Europas. Das heißt, wir sind mit den deutschen Städten tatsächlich auch in einer Situation, in der wir aktuell die Gäste gewinnen können aus Deutschland und dort einen Vorteil gegenüber dem Ausland haben aufgrund der aktuellen Situation. Und das auszunutzen, ist sicherlich etwas, was eben so zu diskutieren ist, wie wir da vorankommen. Schauen wir uns an. Hier ziehen wir mal das erste Mal ein Bild aus den 150 Städten und die Frage, welches sind denn auch während Corona attraktive Städtereiseziele. Und da sehen wir, dass wir hier mit Hamburg, Berlin und München die Top 3 bilden, aber auch mit Heidelberg und Dresden zwei weitere Städte, also insgesamt fünf deutsche Städte in den Top 10 vertreten haben, wobei die ersten acht tatsächlich diesen Must-See-Städten zuzuordnen sind. Und an dieser Stelle sehr erfreulich, dass eben hier fünf Städte in diesem Ranking vertreten sind in den Top 10. Das Ganze nochmal auf die als sicher wahrgenommene Städtereiseziele während Corona. Also sind diese Städte für Sie sicher während Corona? Da beschränkt sich die Auswahl sozusagen nur in Anführungsstrichen auf deutsche Städte. Von Hamburg über Bremen, München, Kiel, Freiburg, Berlin, Köln, Bamberg, Flensburg, Heidelberg. Alle Städte aus Deutschland. Und das ist sicherlich ein Punkt, der uns dazu bewegen sollte, den deutschen Städten entsprechend weiter nach vorne zu ziehen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich übergebe wieder an Herrn Kowalski. Ja, ganz herzlichen Dank für deinen ersten spannenden Einblick in die Studienergebnisse. Und wir freuen uns, wenn wir jetzt auch die, vielleicht noch einen Chart zurück, Dankeschön, noch einmal reflektieren können und einsteigen auch in die Diskussion mit den Experten. Insofern darf ich die Experten bitten, einmal die Kameras gerne anzumachen. Dankeschön auch über die Chatfunktion, den Hinweis mit den Tonproblemen. Ich hoffe, das bereinigt sich jetzt ein bisschen. Ich werde das Mikrofon etwas näher rannehmen. Vielleicht hilft es ein Stück weit, so zumindest die Hoffnung. Ansonsten ist die Chatfunktion natürlich auch da, dass Sie sich gerne auch mit einbringen können, mit Ihren Hinweisen, mit Ihren Anregungen, mit Ihren Fragen, die dann der Norbert Kunz und meine Fähigkeiten moderativ auch gerne mit aufnehmen. Ich finde erst mal insbesondere die letzten beiden Rankings generell die Attraktivität als auch der Faktor der Sicherheit etwas, was schon ein erstes Ausrufezeichen letztendlich auch darstellte. Und deswegen möchte ich vielleicht eine ganz kleinen, schnellen Einstiegsrunde einmal die Experten bitten. Herr Albertsen, vielleicht mögen Sie einmal kurz anfangen, wenn ich frage, Blick Richtung 2022 positiv oder noch verhaltener Blick, wenn man sozusagen diese Ranting kurz skizziert. Ja, zunächst einmal Moin in die Runde. Moin aus Hamburg. Vielen Dank für die Frage, Herr Kowalski. Und auch vielen Dank an alle Akteure, die diese Studie auf den Weg gebracht haben. Die Erkenntnisse sind wirklich sehr, sehr interessant und geben uns in Hamburg natürlich Rückenwind. Also dieses Chart insbesondere, da blicke ich jetzt gerne drauf. Und nicht nur ich, sondern sicherlich auch viele Leistungsträger aus Hamburg. Und insofern sind es genau diese Erkenntnisse, der Blick in den Markt, der Blick auf die Kunden, die uns in Hamburg Zuversicht geben für 2022. Wir glauben an ein starkes Comeback des Städtetourismus und wir glauben natürlich auch an den Markt. Dankeschön für das erste kurze Statement. Ich gebe mal weiter in Richtung Herrn Bellnitz. Auch aus Ihrer Perspektive eine Ersteinschätzung. Positiv oder noch verhalten? Naja, also positiv, das ist ja, das gehört zu unserem Job. Ja, also positiv sind wir. Nein, ich glaube, dass wenn es erstmal losgeht, geht es wirklich wieder gut los. Es ist nur die Frage, wann es losgeht. Das ist irgendwann im März, ist im April, ist aber da zählt jeder Monat. Und wenn wir wissen, wann der Punkt da ist, wo wir wieder mit dem Tourismus werben können, wenn das Nachfrageverhalten wieder startet, dann bin ich, ehrlich gesagt, auch dauerhaft optimistisch. Das haben wir zwar vor einem Jahr auch schon gesagt, aber dieses Mal glaube ich wirklich, ich glaube, dass wir keine weitere Corona-Schleife drehen und dass wir dann wirklich im besten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun haben, unsere Gäste dann hier auch mal wieder willkommen zu heißen. Ganz herzlichen Dank. Matthias Fromm, gerne aus Rostock, deine Perspektive. Ja, ein herzliches Hallo von der Ostsee aus Rostock. Und erstmal vielen Dank für die Herleitung innerhalb der Studie. Und die Studie bestätigt in der Tat auch unser Empfinden, gerade wenn es um das Reiseverhalten unserer Urlauber und Gäste geht und Rostock und Warnemünde insbesondere. Und ja, unser Blick ist durchaus optimistisch, weil wir ja auch 2021 durchaus trotz aller Einschränkungen und Verbote eine gute Sommersaison in Rostock und Warnemünde erleben durften. Im Intro wurde ja gesagt, wie groß die Rückgänge gerade bei großen Schäden in München und Hamburg waren, mit über 60 Prozent haben wir 2021 einen Rückgang an Übernachtungen von lediglich 33 Prozent erlebt. Also allein das ist durchaus Anlass zur Zuversicht, wenn wir auf das Jahr 2022 fliegen. Ganz herzlichen Dank für die ersten drei Statements. Wenn ich das so mitnehme, wir haben das auch für uns mal reflektiert, vielleicht aus den nächsten drei schnellen Charts, nämlich einmal dargestellt, man kann vielleicht ein Stück weit sprechen von einem Momentum auch für den Städtetourismus, insbesondere unter der Unsicherheit, vielleicht auch was ausländische Reiseziele anbetrifft, insbesondere im Städtetourismus. Auch da das Ranking hier nochmal deutlich gewesen, dass Attraktivität und Sicherheit anscheinend hier eine Rolle spielen. Im Chat lese ich auch mit, die aktuelle Währung ist sozusagen auch mit Vertrauen und mit Sicherheit mit konnotiert. Eine zweite These, die wir gleich auch mit in den Dialog mit reinnehmen wollen, ist natürlich, dass wir hier von einer subjektiven Sicherheit sprechen. Wir sind uns sicher, ich glaube, wer, wenn nicht aus dem Tourismus heraus, hat in der Vergangenheit die mit, glaube ich, besten Konzepten herausgearbeitet, um diese Sicherheit letztendlich auch sicherzustellen oder auch zu geben. Aber neben der Sicherheit ist halt eben auch noch dieses Erlebnis, Garantie dieser Faktor, einfach auch ein Gradmesser für die Reiseentscheidung. Auch das etwas, das wir gleich nochmal vertiefen wollen. These drei vielleicht oder Aussage drei geht auf das Thema Umsatz und Wertschöpfungspotenziale. Und vielleicht auch mit der Frage, die der Jurin Dicken ja aufgezeigt hat im Kontext der Sinusmilieus. Wir merken hier sozusagen auch eine deutliche Differenzierung oder Verbreitung letztendlich auch der Marktpotenziale. Insofern interessant richten wir uns neu aus, erweitern wir uns, auch wenn wir natürlich in der Vergangenheit sehr stark an der Positionierung einzelner Städte ja auch gearbeitet haben. Und letzte These, bevor wir inhaltlich in den Dialog einsteigen wollen, auch das wurde ja im Chat ja schon mal genannt, das Thema Vertrauen und mehr Promotoren. Entsprechend nicht nur durch die Kommunikateure seitens der Touristiker, sondern tatsächlich auch diejenigen, die die Stadt leben und letztendlich dann auch die besten Multiplikatoren und Botschafter aus der eigenen Stadt auch sein können. Insofern steigen wir ein. Norbert Kunz, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Präsentation und für den Einstieg. Ich glaube, wir haben jetzt eine spannende Diskussion vor uns. Wir öffnen ja gleich in Richtung auch unseres gesamten Publikums. Aber bevor wir damit starten, haben wir auch die Möglichkeit, ein einzelnes Mikrofon zum Beispiel mal freizuschalten. Und da haben wir eine Wortmeldung gesehen im Raum von Katja Frank. Und wie sagt man so schön mit Blick auf die Regie? Ist das möglich, dass Frau Frank ihre Frage direkt stellen kann? Frau Frank hat jetzt eine Sprecherlaubnis und müsste nur noch ihr Mikro aktivieren. Wunderbar. Frau Frank, Sie haben das Wort, wenn ihr Mikro an ist. Nee, wir sehen nur weiterhin die Wortmeldung. Aber Frau Frank hat ihr Mikro noch nicht an. Insofern machen wir erst mal einfach weiter im Programm mit unserem Publikumsvoting. Peter Kowalski. Und da haben wir eine Frage vorbereitet, die Sie alle gern jetzt beantworten können. Denn unsere Frage, wenn wir uns das hier anschauen, lautet, das Mentimeter, unser Umfragetool hat sich auch gleich geöffnet, deutscher Binnenmarkt, Lückenfüller oder langfristiges Marktpotenzial für den Städtetourismus? Das lassen wir jetzt mal hier im Hintergrund noch ein bisschen laufen. Lieber Peter Kowalski, vielleicht schafft es Frau Frank auch noch, eher Mikro einzuschreiben. Und dann können wir gleich mit dem Ergebnis auch noch mal uns gemeinsam das Ergebnis anschauen und gleich das auch in unsere Diskussion mit einbauen. Die Beantwortung ist natürlich anonym. Nur wir hier sehen, wer antwortet. Nein, Spaß beiseite. Insofern ein erster Eindruck, den wir gerne mitnehmen wollen. Auch das sei an dieser Stelle noch gerne noch einmal gesagt. Wir nutzen natürlich auch Ihre Hinweise, Ihre Anregungen auch, um das später noch mal mit den Studienergebnissen auch mit zu verschneiden. Und dementsprechend das aggregierte Wissen aus den Expertengesprächen und aus dem Chatverlauf dann auch in eine gemeinsame Dokumentation der Studienergebnisse letztendlich auch zu überführen. Wir sehen momentan die Zahlen steigen. Sie können, glaube ich, live mit uns mitschauen. Wir warten, bis wir die 100 Prozent hoffentlich gleich erreicht haben. Aber keine Angst benötigen auch nicht, wenn es irgendwann stehen bleiben sollte. Aber wir geben Ihnen auf jeden Fall noch den Raum, hier einmal zu votieren. Momentan eine deutliche Tendenz über 82 Prozent. Wenn es so bleibt, steigt momentan noch der Blick auf das langfristige Nachfragepotenzial aus dem Binnenmarkt heraus. Ich kann das nur reflektieren. In verschiedenen Städten, die wir begleitet haben, hat dieses Thema immer eine große Relevanz gehabt. Also nicht nur aus der eigenen Region heraus, sondern auch in den innerdeutschen Quellmärkten letztendlich. Und es scheint sich auch hier noch mal zu bestätigen, dass gerade jetzt vielleicht mit der Frage des Momentums, die wir jetzt vielleicht auch aufgreifen wollen, letztendlich dann auch eine neue Perspektive für die innerdeutschen Märkte, nicht nur 2022, sondern auch perspektivisch aufgemacht wird. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das mit als erstes Voting, als erste Einordnung und wir starten jetzt gemeinsam in Dialog. Genau. Und da fangen wir gleich mit unserer ersten Frage an. Die richte ich an Armin Dellnitz. Wir haben das ja gerade in der Präsentation auch sehr eindrucksvoll gesehen, dass bei der Frage nach den attraktivsten Städtereisezielen während der Corona-Pandemie aus der Perspektive der Städtereise affinen Deutschen die deutschen Metropolen Hamburg, Berlin, München vor den internationalen Schwergewichten wie Amsterdam, Kopenhagen oder Wien lagen. Und da sind ja Top Ten, also mit Heidelberg und Dresden sogar fünf von zehn Städten mit dabei waren. Und deswegen die Frage, welchen Stellenwert Armin Dellnitz haben deutsche Städte aus ihrer Perspektive und mit welchen Faktoren wie Mehrwerten, Erlebnissen können deutsche Städte in Zeiten von Corona aus ihrer Sicht am stärksten punkten? Ja, vielen Dank. Also ich wollte erst mal mich auch bedanken, dass wir uns um die Städte so kümmern in dieser Form. Das ist ganz wichtig, das ist überfällig und wir würden es ja nicht machen, wenn die Städte im Moment nicht riesige Probleme hätten. Ich glaube, dass keine Stadt von denen, die gerade aufgezählt wurden, so gut wären und dastehen würden, wenn sie nicht ohnehin schon im internationalen Wettbewerb so stark dastehen würden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie nur künstliche Rahmenbedingungen geschaffen werden und auf einmal ist Hamburg eine Top-Stadt, sondern Hamburg hat sich das erarbeitet über viele Jahre, Berlin genauso, andere Städte genauso. Und wir sind, möglicherweise haben wir uns etwas unterschätzt in der Vergangenheit. Ich glaube, dass wir mit den deutschen Städten durchaus international eine ganz hervorragende Ausgangsbasis haben. Das ist das eine. Wie gesagt, umsonst würde es nicht kommen und der Gast kommt nicht einfach aus Mitleid zu uns, sondern der weiß ja genau, was er bekommt, wenn er wohin fährt. Das Zweite ist natürlich, und das spielt letztendlich die Rahmenbedingungen schon in die Karten, die Verunsicherung über Corona, Sicherheit, Anreise, wie lange reise ich an, fliege ich, fliege ich nicht, führt dazu, dass man eine kurze Anreise bevorzugt und damit deutsche Ziele eher sicherlich im Moment gerade in der Gunst stehen und deswegen wir einen gewissen Vorteil haben. Sie sind die Städte bei uns und das weiß man, haben sich sehr, sehr gut und sehr sicher aufgestellt, bieten gute Rahmenbedingungen. Ich glaube nur, und das möchte ich abschließend nur sagen, ohne dass ich zu weit mich aus dem Fenster lehnen möchte, das ist im Moment so ein Windzug, auf den wir uns nicht ausruhen dürfen. Wir haben im Moment, es wird sicherlich jetzt vielleicht 22 so einen Effekt geben, aber wir müssen ja immer langfristig denken. Und langfristig gesehen dürften wir uns nur nie darauf ausruhen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo alle wieder ins Ausland reisen, wo der Wettbewerb also wieder komplett vorhanden ist und da müssen wir genauso bestehen, wie wir es jetzt tun. Eines noch abschließend, das will ich nur noch mal kurz anreißen. Ich glaube, dass wir im Moment riesige Probleme haben in den Städten, denn es ist ja nicht so, dass das Nachfrageverhalten im Moment so begrenzt vorhanden ist, sondern wir haben auch mit unseren Angeboten ein riesiges Problem und zwar ein riesiges Problem. Es geht also bei weitem nicht nur ums Marketing, was wir im Moment zu tun haben. Wenn es um das Messegeschäft geht, wenn es um die großen Kongresse geht, den ganzen Geschäftstourismus, wenn es um Großveranstaltungen geht, Groß-Events geht, das ist ja nicht so, dass dieses Angebot einfach da ist oder angenommen, es ist auch nicht so, dass wir bis nächsten Monat einfach alles anknipsen können und dann ist auf einmal wieder alles da. Das heißt, wir haben, und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wirklich große Herausforderungen und die Karten werden wir im Städtetourismus in Teilen neu mischen müssen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu und deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir über den Städtetourismus diskutieren, dass wir uns dessen bewusst sind, mit welchen Herausforderungen wir zu leben haben, aber dass wir auch tatsächlich wissen, und das will ich unterstreichen, dass wir Chancen haben. Übrigens auch kleinere Städte riesige Chancen haben, möglicherweise größere, als wir sie vor ein paar Jahren noch gehabt haben. Und in diesem Sinne freue ich mich über die Diskussion und über viele Anregungen und darum soll es ja auch heute gehen. Vielen Dank. Vielen Dank vor allem für den Hinweis, die Angebotsseite jetzt gerade in dieser Phase in den Blick zu nehmen, lieber Armin Dellnitz, also gerade das, was den Städtetourismus ja auszeichnet. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zur Angebotsvielfalt. Ist es das, was unsere Städte besonders, wo unsere Städte besonders auch im Wettbewerb gut punkten, dass sie besonders vielfältig sind? Du hast ja einige Bereiche auch erwähnt, Messen, Großevents, große Veranstaltungen etc. pp. Ist es das, was uns vielleicht auch etwas abgibt von anderen Städten im Wettbewerb? Ja, es ist sicherlich so. Es ist die Qualität des Angebotes, es ist die Qualität der Angebote. Aber genau das ist das, was uns ja in Teilen in Städten im Moment gerade Sorgen macht. Denn wir wissen, dass die Angebote in den Innenstädten, zu denen übrigens der Einzelhandel für den Tourismus genauso gehört, Einzelhandel, das Thema Shopping ist ja eines der wesentlichen Aktivitäten von Gästen, wenn sie in unseren Städten sind, darf man nicht unterschätzen. Und wir merken, welche Probleme alle im Moment gerade mit diesem Thema haben. Also das Thema Wandel der Innenstädte, die Wohlfühlbereiche in den Innenstädten, das Mix aus einer angenehmen Form von unterschiedlichsten Angeboten, die sich miteinander ergänzen und zu einer Gesamtsumme werden, das ist eine, das ist, das macht letztendlich den Städtetourismus aus. Und wir haben vor Jahren, da können sich vielleicht viele, die jetzt hier gerade zuschauen und zuhören, daran erinnern, vor vielen Jahren gab es schon immer das Wort, wir als Touristiker in den Städten wechseln hin zu Destinationsmanagementorganisationen. Und dann haben alle gesagt, ja, ja, das ist schon richtig so. Aber mal ganz ehrlich, so richtig bewusst ist mir das jetzt geworden, in den letzten Monaten. Weil wenn wir jetzt weiterhin nur, bitte vorsichtig ausgedrückt, nur Marketing machen würden, sind wir völlig falsch beraten. Wir haben im Moment als Marketing- und Managementorganisation die Aufgabe, das Angebot wieder aufzubauen mit allen Partnern, die in unseren Städten zusammen mit uns arbeiten. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und das ist aber letztendlich der Garant für einen erfolgreichen Städtetourismus. Und deswegen arbeiten wir im Moment an zwei Baustellen. Einerseits an einer intelligenteren Form von Marketing und Kommunikation nach außen. Andererseits aber auf noch viel mehr Engagement im Bereich des Aufbaus von guten qualitätsvollen Angeboten in den Städten. Und das ist schon für viele von uns sicherlich eine neue Aufgabe, die alle in den letzten Monaten kennengelernt haben. Dankeschön. Da haben wir auch gleich noch eine Wortmeldung gesehen. Und zwar, ich glaube, das könnte auch funktionieren, dass wir das hinbekommen. Und zwar Heike Dörr-König aus Nordrhein-Westfalen hat sich freigeschaltet, hat die Hand gehoben und wir wollen sie gerne freischalten. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Heike Dörr-König, können Sie uns hören? Ja, ich mache jetzt mal den Test. Es funktioniert. Ich will mir ein Nicken. Es funktioniert. Ja, dann einen herzlichen Gruß aus Düsseldorf an der Stelle. Auch ein herzliches Dankeschön für dieses Forum und die Gelegenheit, hier heute zu diskutieren. Ich wollte einen kurzen Insight geben, weil wir ja ein Land mit vielen Städten sind und uns seit Längerem mit dem Thema Städtetourismus und Städtetourismus im Wandel beschäftigen. Und ich möchte gerne noch mal eine Komponente in die Diskussion werfen, aufgreifend an das, was Armin Dellnitz gerade gesagt hat, das Thema Destinationsmanagement und wenn man noch einen Schritt weiter geht, um Lebensraummanagement. Ich glaube, wenn wir für die Städte nach vorne denken, müssen wir diesen Wandel der Organisationen und den Wandel des Auftrages hier mitdenken. Wir haben das im letzten Jahr sehr dezidiert auch mit internationalen Fallbeispielen untersucht und werden hier auch noch mal eine Publikation dazu herausbringen, dass gerade diese Städte, die so erfolgreich sind im Tourismus, sich ganz stark auch kümmern um die Schnittstelle zum Stadtmarketing, zur Lebensraumgestaltung für ihre Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass hier ein Schlüssel liegt, nicht mehr zu trennen in den Anspruchsgruppen zwischen Touristen, zwischen denen, die kurz da sind und denen, die länger bleiben sollen, sondern sich hier, ich sage mal, in neuen strategischen Allianzen aufzustellen. Und gerade Themen wie, oder gerade die Digitalisierung bietet uns ja hier gute Möglichkeiten, Contents zu teilen, auch neue Räume zu erschließen, virtuell zu erschließen, Services aus einer Hand anzubieten. Also will sagen, da ist viel in Bewegung, auch international fangen viele Städte, Destinationen an, ihr Rollenbild neu zu hinterfragen und sich gar nicht mehr nur zu sehen als Zulieferer sozusagen von Tourist und Vermarkter touristischer Angebote. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, bis hin zum Thema Berlin und den Beispielen aus Berlin, die wir dort kennen, sich hier stärker in die Gestaltung der Stadt, in die Besucherlenkung, in das Thema Lebensraummanagement einzuschalten, dass das dann insgesamt der Destinationen auch gut tut. Und mit diesem veränderten Rollenverständnis, das wäre mein Fazit, hier noch einen Schritt weiter zu gehen und sich dazu, es wird ja das Thema der nächsten Sitzung sein, auch in neuen Allianzen zu orientieren. Also Corona hat auch diesen Prozess, glaube ich, sehr beschleunigt. Und wie gesagt, immer wieder, es lohnt hier, auf die internationalen Beispiele zu gucken, auch was das eigene Rollenverhalten angeht. Ganz vielen Dank für dieses klare Votum auch zum Vernetzen, zum über den eigenen Tellerrand blicken und auch für die Allianzen sozusagen, für den Appell Allianzen vor Ort, um selbstkritisch, aber auch zukunftsorientiert die Potenziale zu nutzen, die ja quasi in den Städten auf der Straße liegen. Peter Kowalski, wir haben aber weitere Fragen an unsere Experten und damit gebe ich zu dir. Absolut. Und ich würde das gerne auch gleich mit aufgreifen, wenn wir über das Thema Lebensraummanagement oder Qualitäten von Städten sprechen oder der Attraktivitätsfaktor, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht großartig verstellen, dass wir vielleicht mit den ersten Rankings auch gerechnet haben, sodass wir in Hamburg, in München, in Berlin irgendwie dort vorne sich auch mit nicht platzieren, mit ihrer Wirkung, die diese Städte, der Jurin Dicken hat es ja gesagt, als Must-Seas letztendlich auch etabliert haben. Interessant finde ich aber auch die Perspektive, dass ich deswegen auch diese Clustergruppen, die als Vergleichsgruppen ja gebildet worden sind, dass wir eine Reihe weiterer Städte, und das ist nicht nur ein Heidelberg, was da auf einmal auftaucht, oder ein Dresden, sondern wenn wir mal die Top 30 etwas skizzieren, wie einen Vorteil würden wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken der Studie, dann merken wir, dass dort auf einmal auch Städte wie ein Kiel, ein Freiburg, ein Lübeck, ein Rostock, ein Potsdam auch eine sehr hohe Relevanz mittlerweile erfahren, was vielleicht auch was mit dem Thema Lebensqualität und Besonderheit dieser Standorte zu tun hat. Noch mal stärker in diesem Kontext auch des Sicherheitsgefühls, was ja auch noch mal die Studie noch mal mit suggeriert hat. Und insofern, wir schon so einen Punkt haben, deswegen hole ich mal die beiden nordischen Städte, die beiden Hansestädte, Rostock und Hamburg, mit in diese Diskussion mit hinein. Herr Albertsen, wenn ich mit Ihnen beginnen dürfte und wir jetzt gucken und vielleicht nicht nur auf Hamburg den Fokus richten, sondern generell auf das Thema deutsche Städte. Nehmen Sie den Herrn Fromm mit, dann wenn wir die Hansestädte mit einbinden wollen, aber denken wir auch auf die südlichen Kollegen. Herr Dellnitz hört ja aufmerksam zu. Ist das sozusagen auch noch etwas, wo wir im Kontext der Blockbuster, Blockbuster im europäischen Kontext, neben Barcelona, neben Madrid, neben Paris, auf einmal merken, Mensch, gerade diese Spezifika dieser Städte, das ist was Besonderes. Und damit kann man auch nur mal individuell bestimmte Zielgruppen oder Interessensgruppen, Nutzergruppen, wie es ja schon andere Städte vorgemacht haben, sozusagen für den deutschen Städte Tourismus gewinnen. Ja, durchaus. Ich denke in jedem Fall, dass das ein Potenzial auch für die Zukunft ist. Denn eines haben sicherlich alle Städte gemein, wenn die Gäste erstmal bei uns waren, egal ob in Stuttgart oder Rostock oder Heidelberg, dann werden sie sicherlich zu Fans und sehen das Potenzial und auch die Attraktivität. Das Gleiche gilt für Hamburg. Und wir haben ja auch aus der Studie heraus das Potenzial gesehen, was dann schlummert in der Formulierung der Begeisterung im Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis. Ich möchte aber auch noch mal Bezug nehmen in der Beantwortung der Frage auf das, was gerade auch von Frau Toll-König und auch Armin Dellnitz genannt wurde, auch mit Blick auf die Rolle der DMO, weil mir das schon auch wichtig ist. Ich glaube, wir stehen da vor einem enormen Kraftakt und sind jetzt als Organisation auch gefordert, ganz nah dran zu sein an der, und bitte verstehen Sie mich richtig, an der Lebenswirklichkeit, die sich auch uns gerade zeigt und auch unseren Partnern, unseren Unternehmen zeigt. Und wir erleben das, ich habe mal in die Teilnehmerliste geguckt, ich glaube, kein Gesellschafter von mir ist dabei, dann versuche ich das mal zu formulieren. Wir müssen natürlich schauen auch, dass wir gerade in dieser Krise uns nicht zu tief in unsere Rollendiskussionen verstricken, sondern jetzt schauen, dass wir unsere Destinationen platziert bekommen, sage ich mal so ganz salopp. Und das sage ich als jemand, der dann für Marketing für die Stadt spricht, aber auch als Veranstalter. Wir sind ja auch als Veranstalter am Markt und sehen auch, wie die Impulse dann direkt auch verfangen. Und das ist das große Potenzial, das wir sehen sollten. Wir alle, egal, Süddeutschland oder Norddeutschland, das Thema heute ist ja auch zurück in die Erfolgsspur. Kamin Dänis hat das auch schon gesagt. Wir haben alle gemeinsam ein riesiges Potenzial, dass die Menschen, sobald es wieder möglich ist, mit mehr Freiheit zu reisen, diese Freiheit auch nutzen möchten. Gerade weil die vielen Städte in den meisten Fällen eben die Möglichkeit bieten, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Erlebnis auch zu bieten. Und daran sollten wir uns orientieren. Und neben diesen wichtigen Entwicklungszyklen, die wir alle vor uns haben, und ich habe Andreas Reiter auch gesehen im Publikum, wo wir uns über die großen Fragen natürlich auch Gedanken machen müssen, müssen wir jetzt auch schauen, wie können wir unsere Partner im Markt unterstützen, wie können wir Türöffner sein, die Marken positionieren, damit dann unsere Partner auch auf fruchtbaren Boden fallen und dann die Menschen wieder auch in unsere Regionen reisen. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, weil wir, glaube ich, jetzt auch ganz arg in der Verantwortung sind, da Partner und Leuchtturm zu sein. Absolut. Ich würde den Matthias Fromm gerne gleich mit einbinden. Bei den, vor allem auch bei den Binnengerichten Aufgaben, gibt es ja möglicherweise ein paar Vorteile, die, ich lese ja Aufmerksamkeit, was dort im Hintergrund steht, willkommen in Rostock und Warnemünde. Das heißt, dass eine Stadt hier gleichzeitig auch mit seinem, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ich darf nicht Vorstadt sagen, aber tatsächlich in einem Zusammenschluss zwischen Stadt und Region, Umfeld letztendlich auch sehr stark punkten kann. Und dementsprechend wir bestimmte Stadttypen haben, die vielleicht auch tatsächlich sich gerade in den jetzigen Situationen aufgrund der Interessenslage, der Nähe zur Ostsee vielleicht deutlich besser eignen. Ich überspitze mal, weil wenn ich überspitze, dann wird eine Diskussion immer interessant, besser eignen als vielleicht manch andere Großstädte, wie wir sie vielleicht in Hamburg, in Berlin oder auch in München wiederfinden. Herr Kuhalz, wie gut, dass kein Warnemünder in der Runde ist. Der hätte Ihnen das wohl übel genommen, Warnemünder als Vorstadt zu bezeichnen. Nun fühlen wir hier in der Hansestadt natürlich auch rege, aber Sie haben recht, wir haben und konnten unsere Vorzüge natürlich gerade im letzten Jahr sehr, sehr gut ausspielen. Wir sind ja nicht nur eine Städtedestination, sondern auch eine Stranddestination. Und damit ergeben sich natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, des Erlebnisses. Und das wollen wir natürlich auch für uns ausspielen. Sei es einfach das Naturerlebnis, was wir bieten können am Strand oder aber auch mit der Rostocker Heide. Und gerade in Corona-Zeiten ist ja sowieso der gesundheitstouristische Ansatz der Gäste und Urlauber noch mal höher. Und da haben wir auch eine klare Positionierung vorgenommen. Wir wollen also stärker als Talasso-Seebad entsprechend präsentieren und vermarkten. Denn hier geht es vielleicht auch post-Covid darum, wieder zu alter Gesundheit zu kommen, zu alter Leistungsfähigkeit. Und hier sehen wir natürlich unsere Chancen, gerade im Angebot für die Zielgruppe entsprechend attraktiv zu werden, um mit gesundheitsbewussten Aktivitäten, einer Auszeit, der Regeneration neue Zielgruppen für uns zu erschließen. Und auch die Frage, ob der Binnenmarkt ein nachhaltiges Nachfragepotenzial bietet, ein klares Ja aus Rostock. Wir sind sowieso als Rostock mehr national positioniert. Unser Auslandsanteil liegt bei 10%. Da können Stuttgart, Hamburg ganz andere Werte aufweisen. Also das zeigt, wie wichtig für uns der Binnenmarkt ist. Darauf zielen wir unser Potenzial und werden das auch künftig für uns nutzen. Und wir haben gerade 2021 die Erfahrung gemacht, dass uns viele Gästegruppen aus Baden-Württemberg, Hessen oder auch Bayern neu entdeckt haben. Und das wollen wir natürlich auch in eine gewisse Nachhaltigkeit bringen. Da sehen wir große Chancen für die touristische Nachfrage der Zukunft. Vielleicht nochmal, wir haben noch eine Wortmeldung, bevor wir den Matthias Schiemer aus Heidelberg gerne auch mit hinzuziehen wollen. Vielleicht können wir ihn schon mal freistellen. Würde ich gerne nochmal Herrn Dellnitz und Herrn Albers mit einbinden, in diese Besonderheiten letztendlich, was das städtische Erlebnis oder die Erlebnisgarantie ausmacht. Wir sind konfrontiert, Herr Dellnitz hat damit ja schon das Gesprächsthema geöffnet, dass wir aufgrund begrenzter Kapazitäten oder auch begrenzter Angebote, die wir tatsächlich jetzt gerade auch aufgrund Vorgaben sozusagen zur Verfügung stellen können, die die Erlebnisgarantie vielleicht etwas anders reflektieren müssen. Schon im vergangenen Jahr konnte man so ein bisschen feststellen, dass auch die Städte ja sehr stark auch mit den Umlandangeboten, mit der Perspektive auf die Stadt, aus der Stadt ins Umland, Hamburg mit dem Bobürger Dünen, mit dem alten Land etc. auch mitgeworben hat. Ist das etwas, was wichtig ist, dass man das sozusagen jetzt neben den Sicherheitsaspekten aus Ihrer Perspektive wieder in den Vordergrund stellt? Oder heißt es jetzt tatsächlich eher an bestimmten, tatsächlich bekannten Motiven und letztendlich auch Landmarken der Städte festzuhalten? Herr Albertsen, wollen Sie beginnen? Und dann Herr Dellnitz? Ja, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Da würde ich nun für Hamburg dann natürlich in Anspruch nehmen können, dass wir das Glück haben, eine recht klare Positionierung schon im Markt zu haben. Das gibt uns die Möglichkeit, auch genau hinzuhören, was unsere Kunden wünschen. Und da haben wir festgestellt, dass gerade, und das ist sicherlich eine Veränderung auch der Pandemie, dass wir in den letzten Jahren von unseren Kunden ganz häufig nachgefragt wurden, Mensch, können wir nicht eine kombinierte Stadt-Land-Reise über euch buchen? Das heißt, wir haben Reisepakete aufgelegt, die es unseren Gästen ermöglicht, eine Städtereise zu buchen und quasi dann auch im Anschluss einmal im Durchbuchen dann auch ein Hotel an Nord- und Ostsee buchen können. Also das ist schon etwas, was sich sicherlich verstetigt, wo wir im letzten Jahr einen Anfang gemacht haben und wo wir auch in diesem Jahr noch deutlich mehr investieren werden, im wahrsten Sinne des Wortes auch in der Kommunikation. Das hat dann aber tatsächlich auch etwas damit zu tun, dass wir spüren, dass der Kunde das nachfragt und sucht. Und wir möchten es ihm dann auch so smart wie möglich machen, das zu bekommen, was er sucht. Wobei wir da auch die Herausforderungen natürlich spüren, ich sage mal im übergreifenden Kontext mit anderen Partnern aus anderen Bundesländern zusammenzuarbeiten. Fischt man da in einem falschen Gewässer? Ist es richtig, dass Hamburg sich um schleswig-holsteinische Partner bemüht? Also da kommt man dann auch so an Herausforderungen. Aber wenn man, glaube ich, da klar den Blick an den Bedürfnissen des Kunden und unserer Gäste behält, dann sollte man genau in diese Richtung denken. Und insofern sehen wir da eine große Chance, die Regionen um uns herum noch stärker anzubinden und auch umgekehrt. Es ist ja nicht nur so, dass Hamburg Vorzüge hat, sondern auch die Regionen um uns herum. Sie haben das alte Land genannt oder auch die Heide-Region. Da können wir auch sehr stark von unserer Region profitieren. Auch Rostock ist nicht weit. Mit Tobias Beutendorf haben wir auch viele Kooperationen gemacht, wo wir genau diese Wechselwirkung auch benutzt haben und diese unterschiedlichen Facetten dann insgesamt zu einem stimmigen Gesamtkonzept gebracht hat. Und ich glaube, genau darum geht es, zu verstehen, was suchen die Menschen. Ich glaube, die Reiselust wird unfassbar groß sein. Und da sind dann auch von uns kreative Lösungen gefragt, wie wir diese Reiselust dann auch für uns nutzen. Ich möchte vielleicht direkt anschließen, ich will zwei Seiten aufzeigen. Auf der einen Seite ist es sehr empfehlenswert, dass die Städte mit ihren Regionen viel konsequenter als möglicherweise seither zusammenarbeiten. Weil der Verbund stärkt einerseits ihr touristisches Angebot, es vergrößert das touristische Angebot. Es bringt noch viel mehr Spannung in das touristische Angebot rein von dem, was sie anbieten können. Und man sieht das ja auch, dass es viele Beispiele gibt, wo Städte mit den Regionen immer mehr zusammenarbeiten. Sascha, du hast es eben gerade gesagt, das macht ihr ja bei euch auch. Es gibt andere Beispiele, Leipzig, jetzt auch als Region Leipzig. Wir in Stuttgart jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich selber bin ja Geschäftsführer von der Regio Stuttgart und von der Stuttgart Marketing. Das sind wirklich zwei Gesellschaften, die man aber schon seit vielen Jahren in eine Gesellschaft sozusagen inhaltlich arbeiten lässt und wir damit die Region auch immer mitziehen können. Das hat riesige Vorteile. Aber ich möchte jetzt auf der anderen Seite noch mal etwas sagen, was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, als Corona losging und wir Städte alle nach Wegen gesucht haben, wie wir uns nach außen darstellen. Dann habe ich manchmal mir die Augen gerieben, weil ich gedacht habe, die Städte sind ja keine Naturparks. Da sind zum Teil Marketingaktivitäten gelaufen, wo ich keine Stadt mehr erkannt habe. Also ich finde, man muss auch wissen, was seine DNA ist. Und Städtetourismus ist Städtetourismus. Und dann kann ich nicht anfangen, meine Stadt nur als Parkanlage darzustellen, weil das, was uns als Städte ausmacht, ist ja das, ist ja gerade das mittendrin zu sein, das dichte Angebot zu erleben, auch andere Leute zu sehen, sehen und gesehen werden. Ich muss mich nur umdrehen, habe ein paar Meter und komme zum nächsten Angebot. Also alles das macht es ja auch aus und das ist ja nicht weg und das wird auch nicht weg sein. Der Wille und das Bedürfnis, dieses zu erleben, wird nach wie vor groß sein. Und deswegen möchte ich auch davor warnen, dass wir jetzt alle uns selber neu erfinden müssen. Müssen wir überhaupt gar nicht. Wir sollten wirklich wissen, was ist unser Kern. Und wir sollten aber sehr wohl mit Augenmaß anfangen, unsere Region in unser touristisches Angebot mit einzubinden und dadurch auch ein Wechselspiel der unterschiedlichen touristischen Angebote aufkommen zu lassen, was möglicherweise ein bisschen größer und weiter gedacht ist, als es seither der Fall gewesen ist. Und wenn man das tut, dann sind wir gut beraten. Und deswegen kann ich alle, die gerade sich um die Vermarktung einer Stadt kümmern, wirklich sagen, bindet die Region ein, seht aber zu, dass die Region kein Anhängsel wird. Und denn die Region muss auf Augenmaß mit eingebunden werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es immer einen Großen und einen Kleinen geben und das wird immer zu einem Spannungsfeld führen. Aber wenn eine Region auf Augenhöhe eingebunden werden möchte, dann muss ich auch auf Augenhöhe mit bezahlen. Das muss man auch ganz klar sagen. Denn das geht nicht, dass eine Region ein paar Tausend Euro bezahlt und sagt, ich will jetzt sozusagen alles. Das ist genau das, was am Ende dann aber immer passiert. Sondern wenn man von vornherein sich ein Modell überlegt, nach dem man auf Augenhöhe als gleichwertige Partner agieren kann, dann ist das eine sehr gute Lösung, die uns als Städte, als Destination, ich spreche dann mal von einer Gesamtstädtination, deutlich stärkt und verbessert und vergrößert. Und das würde ich sagen, ist jetzt die richtige Zeit, um spätestens jetzt diesen Weg einzuschlagen. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte im Chat auch parallel nochmal mitgelesen, die Frage nach der Kooperation. Deswegen würde es sich eigentlich sehr gut anbeten, nochmal über das Thema Magic Cities zu sprechen und auch die Möglichkeit hier neben dem Stadtumland auch über der Kooperation anderer Städte tatsächlich auch im Verbund tatsächlich auch Marketing als vor allem auch Managementaufgaben miteinander im Austausch zu bearbeiten. Auch solche wichtigen Markt- und Trendforschungsthemen, wie wir sie im Kontext der Studie gerade auch reflektieren. Weil es dazu aber schon Antworten gab, würde ich mit der Steilvorlage den Matthias Schiemer gerne mit einbinden. Weil wenn wir darüber sprechen, was macht Städtetourismus auch nicht aus? Und wir haben jetzt über Dichte gehört, habe ich natürlich ein Bild einer sehr langen Fußgängerzone vor ihrem inneren Auge, aber tatsächlich vielleicht auch in Heidelberg, was nicht unbedingt mit dem klassischen städtetouristischen Themen in der Innenstadt punkelt, sondern vielleicht auch mit einem Schloss, mit einer Landschaftskultur und eines Eingebundenseins. Aber es kann auch gut sein, dass es nicht der Grund war für das Handheben. Aber Matthias Schiemer, gerne herzlich willkommen in der Diskussion. Vielen Dank. Hört man mich? Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann begrüße ich erst mal die Herren hier im Bildschirm und alle anderen, die ich nicht sehe oder höre. Ich finde das mal toll, dass diese Zusammenkunft hier so stattfindet. Armin, an dich ein ganz besonderes Hallo. Wir kennen uns halt persönlich und wir arbeiten sehr eng und er kennt auch meine Haltung. Deshalb lacht er jetzt auch schon wieder. Nein, es ist ganz einfach so. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe 2015 angefangen als Geschäftsführerin Heidelberg bei Heidelberg Marketing. Genauso auch wie meine Geschäftsführerkollegin Frau Strahonja. Ich rede hier eigentlich als Heidelberger, gar nicht so als Geschäftsführer, weil ich mir die Stadt ganz anders anschaue, weil es meine Stadt ist. Ich habe schon immer hier gewohnt, auch wenn ich andere Stationen weltweit tätig gehabt habe. Aber man hat in den Jahren vor der Pandemie hat man sich was vorgegaukelt. Ich sage es, wie es ist. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich weiß genau noch, wo ich angegriffen wurde mit den Flusskreuzfahrtschiffen, wo ich gesagt habe, es ist einfach zu viel. Ja, wir sind eine Stadt. Ich möchte für die nächsten Generationen eine Stadt so belassen, für die nächsten Generationen, dass die Leute nicht sagen, irgendwann, naja, Heidelberg ist ja schon toll, aber da brauchst du nicht hingehen. Das hältst du ja nicht aus. So eine Hektik ist da. Und genau das ist es, wo wir im Grunde, das klingt jetzt ein bisschen, man muss jetzt vorsichtig sein, wie man es argumentiert, aber wir sehen es auch als Chance, die Pandemie. In vielen Dingen, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wieder an einem gewissen Stand anzufangen. Also nicht jetzt bei null. Wir haben gesehen, wir haben 800.000 Übernachtungen jetzt dieses Jahr wieder gehabt. Das ist die Hälfte. Es haben auch einige Hotels nicht aufgehabt. Und, und, und. Wir können es im Grunde nicht beklagen, obwohl es katastrophal war für die Hoteliers, aber jeder weiß von den Spezialisten hier in der Runde, was ich meine. Es hat andere Städte noch schlimmer getroffen, dank an die Ruine, die wir da oben stehen haben. Aber die Ruine ist an einem Tag abgefrühstückt. Und genau das muss ich im Grunde immer bedenken. Und ich habe hier einen Reiseführer vor mir liegen, der ist von Wörl. Da wird noch Fremdenstadt genannt, Heidelberg. Also auch da hat man ein bisschen dazugelernt. Aber zumindest hat man damals schon gewusst, da steht unter anderem Heidelberg und Umgebung mit Ausflügen nach Schwetzingen, Neckartal, längs der Burgstraße, Odenwald und, und, und. Es ist nichts Neues. Ich muss nur abends schauen, dass wir die Gäste wieder zurück ins Hotel holen, zu uns. Da sind wir in der Konfrontation mit Mannheim. Aber wir haben vor der Pandemie schon angefangen, der Armin Weiß ist, wir sind bei der CMT mit einem Stand gestattet, zwei Städte, ein Erlebnis, wo die Presse uns die Tür eingehauen hat. Er hat gesagt, das gibt es doch nicht. Mannheim, Heidelberg, zusammen einen Stand. Da habe ich mich schon gefragt, ja, warum denn nicht? Und genau das ist es, wo wir dran arbeiten müssen. Wir müssen ganz einfach, ich glaube, es ist jede Stadt, ich glaube, wir machen zurzeit mehr Einzelhandel als Tourismus, weil wir die Geschäfte, die Seitenstraße und alles miteinander brauchen für unsere Oase, für unseren Blumenschmuck, den wir den Gästen liefern müssen, um eine Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Wie soll ich denn eine Aufenthaltsdauer? Die liegt jetzt in Heidelberg bei zwei. Jetzt mit dem Kongresszentrum, wo wir jetzt nächstes Jahr eröffnen, wird es wahrscheinlich 2,6 oder so. Da orientieren wir uns an Mannheim. Aber wie soll ich denn, Leute, drei, vier Tage hier halten? Also ich wollte jetzt auch nicht vier Tage hier bleiben, nur in Heidelberg. Und das muss ich einfach verstehen, ehrlich zu mir selber sein und sagen, dann schicke ich sie ins Umland. Und ja, Armin, ich gebe dir recht, die Fokussierung muss natürlich in den Städten bleiben. Dafür sind wir hübsch. Jede Stadt hat sein Hübsches. Aber nichtsdestotrotz, man muss das Umland mitnehmen, um die Leute zu halten. Und da muss jeder, wie gesagt, ein bisschen ehrlich reinschauen. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe mit Tourismus gar nichts am Hut gehabt. Ich sehe das als Marketing, als meine Stadt. Und deshalb schauen wir, wie gesagt, dass wir diesen Blumenstrau so schön wie möglich machen und die Geschäfte unterstützen. Und alles, was damit zu tun hat, um dann die Leute, wie gesagt, sicher nach Heidelberg zu holen. Ich war ja froh, dass wir Nummer 10 sind. Aber da soll man sich bitte nicht darauf ausruhen. Seit gestern bis in Heidelberg kann auch einiges passieren, wo ich nicht stolz bin. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schiemer. Wenn ich nochmal in die Diskussion mit noch einmal ein bisschen pointieren darf. Und zwar, lieber Norbert Kunz, wenn erlaubst, stelle ich gerne nochmal eine Frage. Aber es sind zwei Sachen einmal gekommen, die ich gerne nochmal reflektieren möchte. Das eine ist, Herr Delnitz sprach ja auch von der Positionierung. Auf der einen Seite ist es auch richtig, daran festzuhalten. Jetzt haben wir auch zwei Partner hier mit am Boot. Stuttgart, meines Wissens, als auch Rostock sozusagen, gerade auch in der Entwicklung einer neuen Tourismuskonzeption gewesen. Mit einer klaren Positionierung. Und jetzt gibt die Städte-Studien so ein Stück weit einen Blick. Naja, jetzt haben wir doch deutlich mehr Sinus-Milieus oder könnten wir im Fokus haben. Jetzt nehme ich Herrn Schiemer nochmal mit rein, der ja auch sagt, welchen Gast wollen wir denn eigentlich haben? Jetzt haben wir auf einmal die Möglichkeit, davor gab es die klassischen Städtereisenden, die wir deutlich stärker im Postmateriellen oder vielleicht auch im experimentiven Performer-Milieu verortet haben. Und jetzt haben wir unten zwei Zielgruppen auch stark ausgeprägt aus den Sinus-Milieus, die der addertiv-pragmatischen Mitte und den Hedonisten sozusagen zuzuordnen sind. Was machen wir denn nun? Wir sind in der Situation, dass wir bestimmte Umsatzeinsbußen haben, und zwar insbesondere, wenn wir die Leistungsträger anschauen. Und wir haben eine Positionierung der Städte sozusagen. Wie weit öffnen wir, wie weit öffnen wir nicht? Welches Potenzial sehen Sie, wenn wir über das Thema Wertschöpfungspotenziale sprechen, auch mit Blick auf Ihre Leistungsträger in der Ansprache, in der differenzierten Marktansprache weiterer Milieus, die vielleicht bis dato noch nicht in Ihrer Positionierung und auch nicht in Ihrem, sage ich mal, Portfolio der strategischen Produktentwicklung oder der generell der Aufbereitung der Angebote stattgefunden haben? Ich richte vielleicht mal den Blick an die beiden, die die neuen Tourismusstrategien erarbeitet haben. Herr Dellnitz, Matthias Fromm, die öffnen wir. Wer öffnen wir überhaupt? Wenn ich vielleicht ganz kurz, Matthias, soll ich kurz starten? Okay, also wenn ich jetzt anfange, die Zielgruppe auf fünf Zielgruppen zu erhöhen, dann fällt es mir irgendwann schwer, noch von vernünftigen und geordneten Zielgruppen-Marketing zu reden. Ich glaube, dass man sich konzentrieren muss. Man muss seine drei oder vier Zielgruppen sich greifen. Und ich habe bisher die Zielgruppensystematik immer so verstanden, dass hier die anderen Zielgruppen nicht ausschließen, sondern man in einer intelligenten Form eine Ansprache wählt, die am Ende auch eine Sogwirkung für die anderen Zielgruppen mitbringt. Und das ist unser Weg. So gehen wir hier in Stuttgart und in der Region Stuttgart damit um. Und wenn wir uns mit drei Zielgruppen beschäftigen, die bei uns im engeren Portfolio sind, dann kann ich nur sagen, wer das richtig macht, der hat da ganz schön was mit zu tun. Denn wenn Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diese Zielgruppensystematik wirklich mit einbinden wollen, dann ist das fast eine Wissenschaft, die irgendwann mal überfordert. Also wenn Sie jetzt fünf oder sechs Zielgruppen nehmen, dann können Sie irgendwann das hinschmeißen, weil das funktioniert einfach nicht mehr, aus meiner Sicht. Deswegen würde ich sehr empfehlen, sich zwei, drei wirklich rauszuziehen, sich mit denen intensiv zu beschäftigen, bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln und die gesamte Kommunikation daran auszurichten und sich daran zu halten, auch wenn es verlockend ist, am besten ein bisschen links und rechts noch die nächste Zielgruppe mit reinzunehmen, weil die Schärfe aus meiner Sicht dann ein Stück verloren geht. Das ist meine Empfehlung, das ist unsere Haltung. Wir arbeiten mit drei Zielgruppen sehr fokussiert, die wir uns ausgewählt haben. Eine vierte, die wir zwar durchaus noch mit berücksichtigen, aber dann ist wirklich Schluss und dann wollen wir uns auch den neuen und weiteren Zielgruppen jetzt nicht weiter, wird man zumindest nicht in der Ansprache. Also das kann ich nur bekläftigen. Also hier sollte man sich in der Tat nicht verzetteln. Wir in Rostock sind jetzt gerade dabei, unsere Tourismuskonzeption vorzuschreiben. Hier sehen wir aber auch eine klare Fokussierung in den Zielgruppen und Quellenmärkten. Alles andere kommt sowieso nach Rostock und Warnemünde. Das haben wir gerade in diesem oder im letzten Sommer erlebt, gerade was die Konsum hier im Nisten betrifft. Das hat nicht nur Vorteile. Das muss ich hier ganz klar sagen. Gerade wenn wir über Tourismusakzeptanz, Verträglichkeit von Tourismus und dergleichen sprechen, haben wir hier im letzten Sommer in Rostock und Warnemünde Gäste gehabt, die sonst nach Mallorca reisen, um dort sich ein Stück weit auch treiben lassen. Das passt dann nicht wirklich zu der Positionierung Rostocks und Warnemündes. Also daher klare Fokussierung, klare Angebotsformulierung, dass wir am Ende die Gäste hier bei uns willkommen heißen, die wir auch wirklich wollen und die zu uns und zu den Rostockerinnen und Rostockern auch passen. Herr Brom, das ist ja quasi eine geniale Überleitung zur nächsten Frage, die auch gleich nochmal an Sie geht. Also wenn ich so die Corona-Zeit zur Revue passieren lasse, jetzt auch bei mir privat, viele Städte reisen. Hamburg war, glaube ich, das Frühjahr 2020, als Hamburg, glaube ich, im Mai wieder geöffnet hat, so das Erste. Genial gewesen, in einer Stadt zu sein, wo man fast unter sich war und oft vieles nicht geöffnet hatte. Also auch mal so eine Stadt zu erleben, die ruhiger ist, auch das war mal ein Erlebnis gewesen. Aber mit Blick auf die Studie, die wir jetzt ja auch gemacht haben, stellen wir ja doch trotzdem fest, dass die Befragung deutlich macht, dass 37 Prozent zunächst mal beabsichtigen, keine Städtereise zu unternehmen und vielleicht auch erst mal abwarten wollen zurück. Das hängt vielleicht auch mit der Angebotsvielfalt zusammen. Was ist eigentlich gerade geöffnet? Wie sind die Regeln? Was kann ich eigentlich besuchen? Komme ich in den Zoo? Wenn ja, zu welchen Bedingungen? Ist das aus Ihrer Sicht schon ein Segment, Herr Fromm? Vielleicht nicht so mit Blick auf Warnemünde. Ich glaube, das ist noch mal ein anderes Thema, sondern mit Blick auf Rostock oder auf andere Städte in Deutschland. Ist das ein Segment, was noch überzeugt werden muss oder kann? Und wenn ja, wie könnte denn diese Gruppe noch überzeugt werden, diese Unentschlossenen? Wie können die motiviert werden, vielleicht doch eine sichere Städtereise zu unternehmen? Weil das haben wir ja gelernt, auch unter dem Ranking sozusagen, dass Deutschland besonders beim Thema Sicherheit auch sehr gut abgeschnitten hat. Ja, Herr Norbert-Kunz, das ist in der Tat eine Frage, die wir uns auch stellen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir die, die bislang noch zögern, eine Städtreise zu machen, noch überzeugt bekommen. Wir haben es gerade im letzten Jahr erlebt, wie häufig ein Stück weit der Start in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt ist, gerade wenn es um touristische Reisen geht. Und das macht es natürlich für eine Städtedestination nicht einfach. Die unterschiedlichen Regeln, die unterschiedlichen Schutzstandards, die unterschiedlichen Tests, die bei einem Aufenthalt notwendig sind. Also das macht die Bereitschaft zu einer Städtereise nicht einfacher. Und hier, glaube ich, müssen wir eindeutiger werden. In den Regeln, gerade auch, was immer gefordert wird, dass letztendlich gleiche Regeln überall gelten. Ich glaube, das ist etwas, was wir stark, wofür wir uns stark einsetzen sollten und dies dann auch kommunizieren sollten, um hier eine gewisse Planungssicherheit für die Gäste zu bekommen, die uns gerne besuchen wollen. Also hier geht es wirklich um das Thema Sicherheit. Es geht um das Thema Qualität. Wir haben im letzten Jahr da auch ein Stück weit entgegengewirkt mit Kampagnen, wie Urlaub können wir mit Sicherheit oder aber auch zusammen mit dem Landestourismusverband mit Tobias Wolltendorf, wo ein Qualitätssiegel entstanden ist, das letztendlich ein Stück weit sicheres Reisen nach außen kommunizieren sollte. Also hier braucht es eine klare und aktuelle Information an den Gast, wenn möglich, ja, gleiche Regeln in ganz Deutschland. Und dann, glaube ich, können wir die, die noch zögern, davon überzeugen, zu uns zu kommen. Davon bin ich überzeugt. Und was natürlich auch da ein Stück weit reinspielt, dass die Politik auch frühzeitig Entscheidungen trifft, wie das Reisen in den nächsten zwei, drei Monaten aussehen kann. Also auch das hat uns ja ein Stück weit behindert im letzten Jahr, wo die politischen Entscheidungen, wie sagt man immer schön, so schön vor die Öffnungswelle kamen. Also die Infektionen waren rückläufig, aber die Politik sah sich außerstande, da auch für die Branche, für die Tourismusbranche im Allgemeinen eine Planungssicherheit zu geben und somit auch für den Gast entsprechende Rahmenbedingungen zu kommunizieren, wie Reisen möglich ist. Also wenn wir das ja ein Stück weit als Learning aus dem letzten Jahr mitnehmen, dann kann das jetzt gerade Anfang 2022 zu Ostern dann doch besser werden. Ja, vielen Dank. Damit haben Sie ja die Punkte angesprochen, die wir als Touristiker oder die Touristiker vor Ort ja gar nicht beeinflussen können. Und das, was wir als DTV ja auch massiv fordern, dass es einheitliche, klare, nachvollziehbare, transparente Regeln gibt. Wer weiß denn schon, wann ja mal eine Stadtgrenze, eine Landkreisgrenze als Reisender überschreitet und was da genau gilt. Vielleicht ist das auch gleich eine Frage, die, da öffne ich nochmal Richtung Hamburg, ob das auch in Hamburg sozusagen ein Thema ist und war, dass das Thema Regeltransparenz, wie transparent sind die Regeln eigentlich und werden sie eigentlich verstanden, können sie noch verstanden werden, ist das auch ein Thema für Hamburg, das Reisende vielleicht abgehalten hat, eine Städterreise anzutreten? Ja, es war ganz sicher ein Thema, weil wir eben dann ja auch als Stadtstaat andere Bundesländer angrenzend hatten und dann tatsächlich wenige Meter von meinem Haus möglicherweise dann schon andere Regelungen gelten oder gegolten haben. Das war sicherlich ein Problem. Aber ich würde gerne, wenn ich darf, noch einmal zurückkommen auf die vorherige Frage, weil ich würde so gerne die Perspektive einmal bringen. Also ja, wir reden über 37 Prozent der Bevölkerung, die zunächst nicht verabsichtigen, in Städte zu reisen, aber im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass es da einen Kuchen von 63 Prozent Potenzial gibt. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die darf man gar nicht unterschätzen. Also es gibt für uns alle, wenn man so will, eine Menge zu holen. Und insofern sollten wir uns da noch mal drauf konzentrieren, auf wie gelingt es uns, diese Reiselust und diese Offenheit für Städtereisen auch anzuzapfen und die Menschen mit den Produkten, die wir haben, dann auch zu begeistern. Und ich möchte mal ein Beispiel geben, wie das aus meiner Perspektive im letzten Jahr mit einer kleinen Kampagnenidee ganz gut gelungen ist. Und zwar haben wir in NRW einen kleinen Aufschlag gemacht, in dem wir Menschen aus Nordrhein-Westfalen eingeladen haben, ihren Lieblingsmenschen wiederzutreffen. Weil aktuelle Studien eben belegt haben, es gibt einen Punkt, der für uns alle ganz wichtig ist im Wohlfühlen. Das ist das Treffen von Menschen, Freunden, Familien, Bekannten. Und das war natürlich etwas, was dann lange Zeit nicht möglich war. Und wir haben dann Menschen aus NRW eingeladen, ihren Lieblingsmenschen wiederzutreffen, ihn einzuladen zu einem Treffen in Hamburg. Und ich glaube, die Frage unseres Storytellings wird jetzt auch ganz wichtig sein. Wie sprechen wir unsere Gäste, an, mit welcher Emotion, wo holen wir sie auch ab und gelingt uns das auch? Die Produkte sind stark genug, allemal. Ja, ganz herzlichen Dank auch dafür, für diese Einordnung nochmal. Ich würde das auch gerne nochmal aufkalken wollen, diese Frage, wer sozusagen der Gast oder welchen Gast fokussieren wir uns dann auch im Kontext, wie ich es auch im Chat so ein bisschen mitgelesen habe, auch so wie es ja auch andere Spiele schon seit einigen Jahren vorgemacht haben, Kopenhagen, die sozusagen angefangen haben, auch mit der Öffnung sozusagen den Nutzer in den Fokus zu nehmen. Linz aktuell jetzt auch, jemanden, die wir ja auch in den weiteren Webinaren noch mitbegrüßen dürfen, auch aktuell, die gesagt haben, wir differenzieren gar nicht mehr. Insofern also auch, wenn wir über das Marktpotenzial, die plus 60 Prozent, die ja Albert sozusagen nochmal als Potenzial in den Raum gestellt haben, uns vergegenwärtigen, dann ist es ja immer eine Mischung sozusagen aus dem, wen wir aus anderen Bundesländern erreichen, wen wir direkt vor der Tür haben oder dessen Kiez es vielleicht schon ist, weil er sozusagen Teil dieser Stadt ist und dementsprechend ja auch sein Produkt oder sein Erlebnis ein Stück weit teilt. Vielleicht ist das nochmal so ein Punkt, den wir, wir werden es später ja auch nochmal im Laufe der weiteren Webinare vertiefen, aber der vielleicht nochmal eine Relevanz hat, auch gerade, wenn wir hier auch sozusagen die Großstädte nochmal besonders respektieren, das Thema Akzeptanz in diesem Kontext. Wenn wir es sozusagen öffnen und so habe ich es auf dem Chat gelesen, wir müssen lernen sozusagen auch unsere Produkte und ich glaube, es haben schon viele Touristische gelernt, auch für die eigene Bevölkerung auszurichten, aber was bedeutet das ganz explizit nochmal, wenn wir jetzt auch über das Thema Führung und das Einladen sprechen, denn in einer Situation nicht in der Perspektive geschaut, wie wir den Tourismus verändern wollen, sondern in der wir uns jetzt gerade befinden, nämlich für die Perspektive 2022. Vielleicht können Sie da auch noch kurz mal reflektieren für sich und sagen, müssen wir da nochmal etwas sensibler mit umgehen, auch in der Kommunikation nach draußen und nach innen oder wie stellen Sie sich das vor? Bitteschön, Herr Albers. Wir haben mit einer Aktion, um mal ganz konkret zu werden, in Hamburg wirklich ganz wunderbare Erfahrungen gemacht. Und zwar haben wir die Hamburger während der Pandemie eingeladen, die ganze Welt in Hamburg zu entdecken. Die ganze Welt konnte nicht bereist werden, aber wir haben in Hamburg das Glück, natürlich eine sehr kontrastreiche Stadt zu sein mit vielen internationalen Einflüssen. Und so haben wir wirklich eine inhaltliche Welt gebaut, die wir dann auch den Hamburgern erzählt haben, sodass wir sie eingeladen haben, an einem Tag in Portugal, in Hamburg zu sein oder durch Schweden in einem schwedischen Restaurant Essen zu gehen oder asiatische Kampfsportarten zu machen, um so ein bisschen den Blick zu weiten und auf der anderen Seite auch zu sehen, was die eigene Stadt so alles eigentlich auch vorhält. Gleiches gilt mit dem Grünen in der Stadt, aber natürlich auch insgesamt so das gesamte Portfolio, was man so im Tagestourismus eigentlich immer auch so vorhält. Und da haben wir gemerkt, da haben wir mal eine Erzählform gefunden, mit der wir auch die Hamburger wirklich erreicht haben. Mir scheint es häufig so zu sein, wenn wir über Akzeptanz sprechen und Einbindungen der Bürgerinnen und Bürger, der Einwohner, dann gibt es da nach wie vor eine Distanz in unserem Bestreben und dem ehrlichen Miteinander. Ich kann das nur für Hamburg so sagen, das ist für uns natürlich immer auch essentiell, zu sagen, dass wir jetzt Hamburg entwickeln möchten, im positiven Sinne auch die Lebensqualität beeinflussen mit dem, was wir tun und natürlich unbedingt vermeiden möchten, dass wir ein Disneyland bauen. Aber ich bin über das Jahr immer so in 10, 15 Vorträgen in Seminaren mit Hamburgern, wirklich ganz nah dran an der Perspektive der Hamburger. Und wenn ich dann so höre, wie die Hamburger auf den Tourismus gucken, dann sehe ich, dass wir da noch ganz, ganz, ganz viel Erklärung zu liefern haben und Verständnis zu schaffen haben für das, was wir tun. Und vielleicht, das als Anregung für uns auch, ist diese Erzählung nochmal die Vorzüge über so eine Idee, die ganze Welt in deiner Stadt zu erzählen, etwas, was dann den Menschen etwas näher ist, als immer allzuverkopfd über Akzeptanz zu diskutieren. Ich möchte das nur mal kurz ergänzen, wenn ich darf, was Sascha erzählt hat. Die Einheimischen als eigene Zielgruppe zu betrachten ist extrem wichtig. Schaffen Sie Angebote, die wirklich auf die Einheimischen ausgerichtet sind, die deutlich machen, dass sie sich an die Einheimischen richten. Versuchen Sie mal rauszukriegen, wie viele Leute in ihre I-Punkte gehen. Versuchen Sie, eine Quote rauszukriegen, dass mindestens die Hälfte aller, die in ihren I-Punkt gehen, auch Einheimische sind. Versuchen Sie, dieses Spiel, dieses Wort Touristinformationen nicht als eine Schwelle für Einheimische zu nehmen, indem die dann nicht reingehen. Versuchen Sie, Angebote zu schaffen, wo die Einheimischen das, was wir machen, als einen Service sehen, als eine qualitative Verbesserung des Angebots in ihrer Stadt. Es gibt, also ich will nur mal ein Beispiel rein, wir haben das große Glück, jetzt ein Haus des Tourismus in Stuttgart bauen zu können, mitten in der Stadt drin und das war von der Politik ausgewiesen wichtig, dass das ein Haus wird, was als großes Tourist-Erlebnis-Haus auch für die Einheimischen wichtig wird, nicht nur in Anführungszeichen eine Touristinformation im klassischen Sinne. Also wir versuchen dort etwas zu machen, was so ein bisschen aus dieser Zielgruppenenge der Touristinformation im klassischen Sinne schon rauskommt. Versuchen Sie, bei jedem Angebot, was Sie in Ihrer Stadt schaffen, den Maßstab zu setzen, dass die Gäste, die Einheimischen, das sind übrigens die kritischsten Gäste, die es überhaupt geben kann, dass die Einheimischen, die Angebote in ihrer Qualität als besonders wertvoll empfinden. Das ist ein Maßstab. Setzen Sie sich mal Ihren eigenen Hoppernopp auf Busse. Versuchen Sie mal, wenn Sie damit fahren, rausbekommen, würde ich das wirklich machen, finde ich das toll, ist das Angebot klasse. Sind die Busse gut, ist die Vertonung gut, ist die Akustik gut? Wenn das nicht gut ist in Ihren Augen, dann ist das Angebot für Einheimische auch nicht in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen versuchen, wir müssen versuchen, und das sagen wir schon seit so langer Zeit, aber wir müssen es viel konsequenter machen. Wir müssen die Einheimischen, die Bevölkerung in der Region als eigene Zielgruppe betrachten und müssen uns viel mehr Gedanken machen. Es gibt tolle Angebote, dass die Einheimischen in den Hotels übernachten. Viele Städte haben das ja schon gemacht zu besonders günstigen Preisen. Es gibt ja unterschiedliche Namensgebungen, wie so etwas gemacht wurde. Das sind alles Formate, die sind wirklich gut. Die kosten möglicherweise Geld, aber sie bringen auch etwas, was sie deswegen die Einheimischen als Botschafter einsetzen können. Und wenn sie das nicht schaffen, hat man, glaube ich, im Marketing eine ganz wesentliche Grundlage bereits schon verloren. Und möglicherweise ist der Zeitpunkt für so etwas jetzt besonders gut. Ich kann es nur von Stuttgart sagen. Die Wertschätzung gegenüber dem Tourismus ist in den letzten zwei Jahren unglaublich gewachsen. Die Politik, die Einheimischen, alle haben gemerkt, was in den letzten zwei Jahren hier gefehlt hat, wo man sich möglicherweise in den Jahren zuvor immer darüber aufgeregt hat, dass hier die Asiaten kommen und dass die hier überall rumknipsen und rumstehen und Schlange bilden und in die Geschäfte gehen. das, was man manchmal sogar als lästig empfunden hat, ist auf einmal etwas, was einem fehlt. Weil die Einheimischen sind ja eigentlich stolz darauf, wenn sie sehen, dass Gäste kommen, die die Stadt sich angucken, die die Stadt bewundern, die sich mit ihr auseinandersetzen. Ich glaube, dass das im Moment ein guter Zeitpunkt ist, um die Einheimischen mit einer neuen Sensibilität an das Thema Tourismus heranzubringen und dass man Formate schaffen soll, wie man das hinbekommt. Und in den nächsten ein, zwei Jahren, solche gute Chancen werden Sie wahrscheinlich so schnell nicht wiederbekommen wie in den nächsten ein, zwei Jahren. Konzentrieren Sie sich darauf. Es ist die beste Form des Marketings. Es ist ein Garant am Ende als Multiplikator-Effekt und manchmal viel wertvoller als irgendwelche Anzeigenschaltungen in irgendwelchen Zeitschriften. Da streicht vielleicht nochmal die Einsteigsthese, die wir vielleicht eher auf den Gas bezogen haben, den Momentum des Tourismus und auch den Wert des Tourismus tatsächlich von Grund auf sozusagen nochmal richtig gerade zurück und auch in eine gemeinsame Zukunftsperspektive zu führen. Jetzt haben wir eine Wortmeldung noch mit drin, die sich so tapfer die ganze Zeit gehalten hat. Und deswegen, bevor wir nämlich gleich auch aus der zeitlichen Perspektive in die Schlussrunde einläuten, müssen leider schon, würde ich doch gerne, wenn es die Möglichkeit gibt, Frau Friedrich, dass Sie Ihr Mikrofon freischalten. Momentan ist es noch geblockt, sehe ich, aber dann sollen Sie auch gerne die Möglichkeit haben, sich noch einmal in die Diskussion mit einzubinden. Noch ist Ihr Mikrofon ausgeschaltet, einmal freischalten lassen und dann können Sie sich gerne mit einem Wortbeitrag mit integrieren. Das scheint technisch momentan ein paar Schwierigkeiten zu geben. Insofern gehen wir vielleicht gleich mal in Richtung der Schlussrunde. Ich würde vielleicht noch eine Sache, wenn ich vorher nochmal sage, auch weil er heute nicht da ist, der Michael Otremba, aber ich habe neulich in seinem kleinen Podcast, also auch da hat das Multiplikatorenwesen von Herrn Albertson gut funktioniert, er hat es weitergeleitet, ich habe es mir angeschaut, gehört, nochmal das aufgreifen, was auch der Armin Deln jetzt gerade nochmal bestätigt hat und das ist dieses, das Thema Eintauchen in Stadt, Stadt, Kultur, Stadt, Gesellschaft und Reisen und Begegnung, das ist ja etwas sehr Wertvolles sozusagen, nicht nur für Außenstehende, sondern auch für die eigene Bevölkerung und auch gerade unter den jetzigen Vorzeichen des Tourismus etwas, was uns, glaube ich, als Gesellschaft, die, glaube ich, alle samt weltweit sozusagen so ein bisschen Durst gelitten haben und das ist sehr untertrieben, tatsächlich ein wichtiges Ausrufezeichen ist, was wir sowohl für den Gast nach draußen als auch für die Gast, für den Gast nach innen, die eigene Bevölkerung, uns, glaube ich, alle vorne auf die Fahnen schreiben sollten. Weil das Mikrofon immer noch nicht freigibt, darf ich einmal rübergehen, Norbert Funz und du läutest die Schlussrunde ein. Ja, gerne, das mache ich. Wir haben ja schon wichtige Hinweise gerade gehört aus Hamburg, Thema Weltoffenheit, Thema die eigene Wohnbevölkerung immer mitzunehmen, auch gemeinsam konzeptionell unterwegs zu sein. Ami Dellnitz, der das auch noch mal ganz, ganz massiv unterstrichen hat und auch hier im Chat hören wir das ja auch an vielen Stellen mit vielen Beispielen. Aber jetzt schauen wir mal in das Jahr 2022, in das noch junge Jahr 2022, auch mit Blick nach vorn, wo wir ja jetzt am Ende des Tunnels ja schon so ein bisschen Licht sehen, was die, was diese Welle betrifft und jetzt auch über Neustart natürlich wieder diskutiert wird, zu Recht. Wir wünschen uns natürlich, dass das sehr, sehr schnell passiert und Sie sind ja diejenigen auch, die sich darauf jetzt massiv vorbereiten und da stellt sich natürlich die Frage, wie bereiten oder wie haben Sie sich auf das Jahr 2022 vorbereitet und was sind Ihre wichtigsten Aufgaben, die Sie sehen? Matthias Fromm, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, dann Sascha Albertsen und dann Armin Dellnitz. Ja, wie ich eingangs schon sagte, freuen wir uns auf das Touristische Jahr 2022 und sind sicher, dass es schneller und besser anläuft als noch im letzten Jahr und ergreife ich das auch, was Armin Dellnitz gesagt hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich erst einmal das Angebot zu schaffen, also sprich, ja, das Erlebnis, was Gäste und Urlauber bei uns genießen wollen, entsprechend vorzubereiten und wir freuen uns über die Öffnungsperspektive, die das Land Mecklenburg-Vorpommern jetzt der Kultur gibt. Also Ende Februar wird es hier zu ersten Öffnungen kommen, denn gerade was Shopping, Museen, Kinos und dergleichen betrifft, das sind ja durchaus Anreize, zu uns in die Stadt zu kommen und wenn wir diese nicht hätten, dann glaube ich, können wir im Tourismusfahrtmarketing sonst für Anstrengungen unternehmen. Also das ist Grundvoraussetzung. Wir sind dabei, unsere Großveranstaltungen vorzubereiten. Hanses Hill, Warnemünder Woche, da sind wir total froh, dass diese, wenn auch etwas abgesteckt, im letzten Jahr durchaus unter Corona-Bedingungen stattfinden konnten. freuen wir uns in diesem Jahr doch hoffentlich mit weniger Restriktionen diese Veranstaltung durchführen zu können. Das zieht eine ganze Menge Besucher und hat natürlich auch nachhaltige Effekte, nicht nur zu den Wochenenden oder zu der Woche, wo die Veranstaltungen stattfinden. Also hier liegt der Fokus drauf, dass wir entsprechend die Veranstaltung attraktiv vorbereiten, sodass sich also wieder ein Millionenpublikum daran erfreuen kann. Darüber hinaus sind wir dabei, auch unsere eigenen Online-Angebote oder unsere Services in den Touristinformationen entsprechend auf die Sommersaison vorzubereiten. Wir sind dabei, eine digitale Gästekart zu entwickeln, um zusätzliche Mehrwerte für Urlauber und Gäste entsprechend zu schaffen und natürlich auch für unser Tourismusmarketing hilfreiche Erkenntnisse über unseren Gast gewinnen. Denn das wird immer wichtiger, hier zielgruppengen genau Angebote und Ideen zu kommunizieren, dass wir also dann auch entsprechend die Gästegruppen hier bei uns begrüßen können, die wir in Rostock und Warnemünde dann auch entsprechend willkommen heißen. Also es gibt eine ganze Menge zu tun, wir sind aber absolut guter Dinge und sind und freuen uns wieder guter Gastgeber zu sein und das mit der gesamten Tourismusbranche, mit allen Leistungsträgern. Also was hier steht, willkommen in Rostock und Warnemünde wollen wir in die Wirklichkeit bringen. Dankeschön. Sascha Alpertsen. Sehr gerne. Ich würde gerne beginnen mit einer unternehmerischen Perspektive. Wir schauen gerade sehr intensiv darauf, dass wir unsere Mitarbeiter nicht aus den Augen verlieren bei uns in der Hamburg Tourismus GmbH und sind da gerade sehr sensibel und sehr intensiv dabei zu schauen, wie wir unsere Arbeitgebermarke auch noch stärker aufstellen können. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir heute noch gar nicht aufgemacht haben, das Thema Fachkräfte und auch der Mangel an Menschen, die wir begeistern für unsere Branche, aber ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema natürlich auch erfolgskritisch, erfolgskritischer denn je. Dann als zweites Thema bleibt natürlich die ganz wichtige Partnerperspektive. Wir wollen, dass wir weiter stärken. Wir kommen da nur zusammen durch, das ist unsere Perspektive. Insofern werden wir jetzt in den nächsten Wochen eine regelrechte Partneroffensive zünden in Hamburg, um Partner zu sein in der Krise für unsere Unternehmen und dazu beitragen, dass unsere Unternehmen wieder erfolgreich sind. Und dann, glaube ich, liegt unsere Aufgabe kurzfristig insbesondere darin, die Stärken Hamburgs zu kommunizieren, sichtbar zu machen, es irgendwie hinzubekommen mit unserem doch begrenzten Budget, auch omnipräsent zu sein in den Märkten, die wir definiert haben für unsere Partner. Und dann richten wir den Blick aber natürlich auch nach vorne, natürlich darin, den Tourismus für die Zukunft inhaltlich strategisch auszurichten, das ist ein Prozess, in den wir uns jetzt hineinbegeben, der sich dann am Ende natürlich auch mit der Frage auseinandersetzt, wie richten wir unser Unternehmen aus, weil auch da sind wir natürlich vielen Veränderungen ausgesetzt und da wollen wir uns fit machen, so ganz im Sinne von Wayne Gretzky, der ja mal so schön gesagt hat, was denn den Unterschied machen würde zwischen ihm und den anderen guten Eishockey-Spielern, hat er gesagt, ich versuche da zu sein, wo der Puck sein wird, nicht da, wo er jetzt ist, also da haben wir eine Aufgabe, die wir versuchen zu beträtigen. Ja, von meiner Seite aus drei Punkte ganz kurz, versuchen Sie keinen Aktionismus zu betreiben, es ist so, dass die ruhige Hand zählt, konzeptionell strategisches Arbeiten, Sie werden das merken, es gibt sehr, sehr viele Partner, die sich an uns binden wollen, die diese Ruhe suchen, die auch eine Strategie suchen und unsere Rolle ist es, dass wir diese Strategie den Partnern geben, das heißt, Partner bedeutet Kultur, Freizeitpartner, Hotellerie, alle die Partner, die selber im Moment gerade mächtig durcheinandergewirbelt sind, die wollen sich an irgendjemanden anlehnen und diese Rolle können und müssen wir ausfüllen, das ist auch eine riesige Chance im Übrigen, die wir haben, auch eine riesige Kraftanstrengung, also kein Aktionismus, sondern eine ganz klare, ruhige Hand, denken Sie nicht nur im Jahr 2022, denken Sie wirklich langfristig, das ist sicherlich ein guter Ratschlag und dann genießen Sie ab März, April die Lebendigkeit in unseren Städten wieder, seien Sie Gastgeber, so wie wir es gewohnt sind, Sie haben das mitbekommen, es gab letztes Jahr im September, Oktober ja Phasen, wo wir da schon wieder annähernd diese Stimmung hatten, es ist unglaublich schön, wenn man merkt, was man da vermisst hat und es macht Spaß, einfach mal in der Stadt sich treiben zu lassen und seine Stadt auch mit zu viel Stolz und zu viel eigenem Emotionalität wieder kennenzulernen, das tut gut, das werden wir alle erleben, wir werden ab März, April ganz sicher wieder das Ganze erleben und ganz persönlich, weil ich weiß, dass wir jetzt gleich eh aufhören, freue ich mich fatal darauf, dass wir uns alle wiedersehen können, ganz egal wo, ist egal wie, ich freue mich, dass wir uns dann nicht mehr am digitalen Bildschirm sehen, sondern dass wir uns alle live wiedersehen können, darauf freue ich mich ehrlich gesagt persönlich fast am meisten, vielen Dank. Lieber Armin Delnitz, da sprichst du uns allen hier im Raum aus dem Herzen, das ist wirklich so, die digitalen Konferenzen sind alle sehr effizient und mit Blick auf die Uhr, wir haben sogar eine Punktlandung jetzt heute wieder hinbekommen, aber all das, was sozusagen ja physisch und zwischenmenschlich dann auch auf der Strecke bleibt, das muss alles nachgeholt werden und das zeichnet uns Touristik ja auch aus, dass wir gerade das Zwischenmenschliche, wir sind ja eine Branche, die Menschen zusammenbringt und Erlebnisse schafft und das geht nun mal nicht im digitalen Raum. Insofern vielen Dank für das Schlusswort in dieser Runde, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir blicken jetzt nochmal, lieber Peter Kowalski, so einen Blick nach, mit einem kleinen Blick nach vorn, wie es jetzt eigentlich weitergeht und damit gebe ich das Mikro sozusagen zu Ihnen weiter. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke an die Experten für den Austausch, danke auch für diejenigen, die sich eingebunden haben über die Chatfunktion. Lassen Sie uns das wirklich als Dialog und Austausch führen. Das ist der erste Teil einer Webinarreihe, insofern die Chatfunktion ist noch weiterhin geöffnet. Wenn Sie noch weitere Anregungen zum Thema Treiber, zum Thema Erfolgsfaktoren haben, lassen Sie es etwas zusammenführen. Auch wir sind eingestiegen in diesen Dialog, dass wir gesagt haben, wir würden sehr gerne die Studienergebnisse koppeln mit den Expertenwissen und den Wissen aus der Branche. Insofern freuen wir uns sehr, wenn Sie die Chatfunktion weiter nutzen. Nochmal für diejenigen, die vorhin sozusagen das Ergebnis noch zu kurz gesehen haben, auch das deckt sich, glaube ich, mit dem Diskussionsergebnis, was wir bisher hatten, nämlich nochmal den eindeutigen Potenzial aus dem Binnenmarkt heraus, auch das nochmal differenziert zu betrachten, wie es in der Diskussion passiert ist, auch in der Chatfunktion genannt worden ist, nicht nach der Tourist von draußen, sondern der Gast im übertragenen Sinne der Nutzer aus der Bevölkerung, aus der Region, der Gast aus den anderen Quellgebieten und hoffentlich auch bald wieder aus den internationalen Räumen in unseren Städten. Ich hatte es schon gesagt, es ist eine Webinarreihe, deswegen sind wir natürlich auch sehr, sehr interessiert, wie es Ihnen gefallen hat, auch ein Stück weit das Feedback in unsere Richtung, das Feedback in den Kreis der Partner von St. Elmo's Tourismusmarketing, vom Europäischen Tourismusinstitut und von DTV. Wir posten den Link gleich noch einmal in die Chatfunktion, sodass Sie die Möglichkeit haben, dort ein kleines Voting für die Veranstaltung abzugeben. Und wie schon gesprochen, es ist ein Dialog, ein Start, den wir jetzt gemeinsam getätigt haben in den letzten 90 Minuten. Wir führen es um 16 Uhr gleich fort mit einem Blick auf das Thema Experience, weil wir haben es heute eben gerade schon ein bisschen angekratzt, dass den Kontext der Angebote und die Angebotskomposition Stadt statt Umland, Fokus der Schwerpunkte und ich bin sehr interessiert, wenn Juri Ndicken nämlich gleich vorstellen wird, wo dann letztendlich auch sozusagen die Gäste aus der Befragung ihre Schwerpunkte im städtischen Erlebnis sehen werden. Also von unserer Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Sie sehen hier noch die Informationen, die wir dann auch zukünftig dann zur Verfügung stellen werden, auch mal die Partnerlinks. Und Norbert Kunz hat eröffnet. Insofern, bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Peter Kowalski. Also Zeit, 30 Minuten knapp für eine kleine Stärkung. Nutzen Sie die. Wir freuen uns natürlich, viele von Ihnen wiederzusehen. Vielleicht noch mal ein kleiner Blick nach vorn, für die nicht dabei sein können heute oder bei den weiteren Webinaren. Es wird seitens des Bundeswirtschaftsministeriums vermutlich Anfang März noch mal eine Gesamtpräsentation aller LIFT-Projekte geben, die den Zuschlag bekommen haben. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass dieses LIFT-Projekt, dieses LIFT-Wissen-Projekt zur Städtereisenstudie unbedingt mit drin sein wird und sind da auch zuversichtlich. Insofern wird es da noch mal einen größeren Aufschlag geben über das Kompetenzzentrum des Bundes und über das Bundeswirtschaftsministerium. Da werden wir Sie natürlich noch mal alle dann auch informieren, natürlich dann auch zu gegebener Zeit über die Projektergebnisse und insofern alle die, die jetzt gleich wieder dabei sind, kurze Pause zur Stärkung und die anderen Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland verabschieden wir hiermit heute herzlich und wünschen Ihnen eine gute und erfolgreiche und sichere Woche. Vielen Dank, alles Gute. Danke.